Uuuuh, ist euch auch so warm? Mir ist schon so warm, es hat sich gerade angefangen. Und, äh, wir hatten, also man muss das so ein bisschen erklären, die Bandgründung war 1980, der erste Auftritt war am 30. Januar 1981, das war also im Herbst, als wir uns gegründet haben und, äh, wir haben dann aber bei Facebook, weil wir nicht mehr wussten, wann wir uns zum ersten Mal getroffen haben, haben wir bei Facebook als Gründungsdatum den 30. Januar angegeben, weil das war das Einzige, was wir noch wussten. Da war der erste Auftritt und auf dem ersten Auftritt haben wir einen Song gespielt von Big Bill Brunzi und ich kann mich noch sehr genau erinnern, als ich das damals angesagt habe und man hat mich genauso angeguckt wie jetzt. Wer zum Teufel ist Big Bill Brunzi? Aber ich kann euch das sagen, es war ein Gitarrist und er hat super Stücke geschrieben, ist leider dann schon in den 50er Jahren an Lungenkrebs gestorben. Wenn ihr mal eine Schallplatte von ihm hört, da gibt es Schallplatten und Zinnis, dann hört ihr ihn husten. Also, es war, glaube ich, dem Rauchen geschuldet. Key to the Highway I've got a key To the Highway But how I'm about to go I'm gonna leave him running Cause walking is most too slow I'm going back To California Where I'm better known I'm gonna leave him running I'm gonna come back no more When the moon Peaks over the mountain I'll be on my way I'm gonna roam this old highway To the break of day Call me, Spearside you Keep growing up Tim You Amen sont Clear Green Mon foi bu par go Do ti Das war's. Musik 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 Danke schön Vorsuch Ruhig von 1980 Erste Sitzung Kleiner Musikerwechsel jetzt auf der Bühne Du bleibst bei mir und wir Helge und ich Ne Helge verwandeln wir jetzt wieder von Harald zurück in Helge